Hallo! Guten Tag! Sag mir doch bitte, bitte, wie du heißt. Ähm, ich heiße Max. Das kann kalt sein, bitte aufpassen. Das ist wirklich kalt. Ist mir doch ganz egal. Ähm, war's das? Gib mir ein A. Ah, stopp. A. Ach so, okay. A. Fertig. Und was jetzt? Da, 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 da. Soll ich mich drehen? Okay. Da, da, da. Und meine Hose ausziehen? Nein, das mach ich nicht. Bitte. Okay. Ich kann der Versuchung nicht mehr widerstehen. Was zum Teufel haben Sie vor? Neun. 39 Grad. Danke natürlich, dass Sie mich untersucht haben. Aber ich bin eigentlich der Postbote. Ja, aber warum sagen Sie denn nicht direkt was? Ich hab hier ein Päckchen für Sie. Fuck. Ich bin echt ein Päckchen. Okay. Okay. Vielen Dank.